Das Spezielle an unserer Garage hier bei dem Verein St. Gallen ist sicher das Team. Das ist der Standort. Wir sind mitten in der Stadt und unsere tollen sieben Marken. Subaru, Dosuki, Mitsubishi, Toyota, Lexus und natürlich Jaguar und Landrohr. Also was sicher sehr speziell ist an unserer Garage ist, dass wir trotz der Betriebsgröße in ihrem familiären Betrieb sind. Der Umgang ist bei uns familiär. Also ich werde von meinen Chefen sehr gut unterstützt. Sie geben mir immer Tipps und schauen einem immer über die Schulter an. Sie sind jetzt nicht nervend, dass sie sagen, hey, sondern sie sagen, hey, schau da und da, kannst du mal so und so probieren. Und ich finde es sehr schön, dass einem so beigebracht wird. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich sehr gerne Autos mache und sehr gerne handwerklich arbeiten. Und daher war das für mich das Optimale. Also ich finde die Lehre in dieser Garage ist sehr besonders, weil man wird sehr gut unterstützt, man fühlt sich wohl und von daher arbeiten wir auch viel, viel besser. Die Autogarage der Zukunft wird ganz anders sein wie heute, weil die Mobilität, die verändert sich enorm. Das Garagegewehr, der Autogarage muss sich auch verändern und dementsprechend auch unsere Berufe. Und genau das macht es spannend, bei uns eine Lehre zu machen. Die Autogarage der Zukunft Die Autogarage der Zukunft